Es ist langsam schwer, die Vorgänge in Großbritannien zu verstehen. Offenbar hatte die Regierung bei ihrem Vorgehen keine Mehrheit im eigenen Parlament. Es dürfen jetzt keine parteitaktischen Spiele gemacht werden. Deshalb sollte die Regierung von Boris Johnson auf das Parlament zugehen. Wenn dafür einige Tage länger notwendig sind, dann kann es und soll es daran nicht scheitern. Aber wir brauchen eine Lösung und wir brauchen sie bald, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Der Deal, der in Brüssel erreicht worden ist, ist ein positives Signal für die deutsche Wirtschaft. Ich bin auch überzeugt, dass auf dieser Basis eine Lösung gefunden werden kann. Allerdings müssen die Verantwortlichen in Großbritannien zu ihrer Verantwortung stehen. Sie müssen das Interesse des Landes und das Interesse von Europa über Parteipolitik stellen.